Sooo... Wow! Geh kaputt! Lass mich! Die Sinne ist schon blau, weil wir schon zwei Level aufgestiegen sind. Sie nehmen nämlich keine Bedrohung mehr für uns. Da ist ein Knobold! Warte, den hole ich mir gleich. Sobald sich meine Attacke aufgeladen hat. BAM! Und dann hab ich den kaputt! Ja, kaputt! Geste! BAM! Kaputt! Und den scottisch hole ich mir auch noch. Habe ich im Moment eh kein Croissant dafür. Für den scottisch, darum ist es mir egal. Das nehme ich mein Haupttier auch. Der scottisch Terrier. Daher weiß ich das. So, wo sind jetzt die keiner kommen? Die sind da hinten. Hinter diesem gigantischen Felsmassiv. Aufschlussmethode. Ja, keine Aufschlussmethode bitte. Und da würde ich gern noch hingelangen. Katakomben. Wo seid ihr? Das da? Und das ist ne normale Höhle. Ich kann dann nie keine Konten gesehen. Deswegen wundert es mich gerade. Uh, Iron oder Ender. Und keine einzigste Fehler, weil du uns das beschützt. Diese Leuchtpilze kann man auch einsammeln. Was die bringen, weiß ich ebenfalls noch nicht. Aber das werden wir vielleicht alles rausfinden. Alles rausfinden, alles rausfinden. So, dann gehen wir mal hier hoch. Und Iron sammeln wir ja ohne Unterbrechung hier gerade. Das ist ja richtig heavy. Da können wir ja richtig kräften daraus. So, die Frage ist, wo sind die Katakomben jetzt von dem die Rede war? Das da unten? Ist es das? Jo, ich glaub das sind die Katakomben. Äh, was sind wir auch hier? Sind das Katakomben? Oh, das ist ne Höhle. Das ist die Höhle. Und jetzt seht ihr mal ganz schön Schaden für die kleinen Schledermausviecher hier. Oh, 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 oh. Sag jetzt auf. Aaaaaaah. Nein, keine Hexen. Ich hasse Hexen. Die sind so stark. Da sind die Gerda gekommen. Ich hab's gefunden. War ziemlich unübersichtlich. Äh, wieder unauffindbar. Hat man kaum gesehen. So ein riesiger, gigantischer Block in der Landschaft gewesen. Nein. Ich bin gestorben. Das war so klar. Aaaaah. 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 Ich bin alles wieder gespawrt. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich. Hab noch so ein langes Leben vor mir. Stirb. Kartoffel. Eigentlich auch wenn es eine Zwiebel ist, aber stirb Kartoffel. Gut, dass man die Katakomben so gut auf der Karte sieht. Ich hätte eigentlich nur mal auf die Karte gucken müssen. Naja, egal. Das bin halt ich, ne? Ich. 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 Ich allein bin es. Und das ist Pferde. Hottihüüüüüüüüüüss. Die war auch Sputt. Hexe war jetzt grad nicht zu sehen. Bam. und einsamer blatt nächster mal mit einer starken attacken geschädigt und legen jetzt weiter spring komm hol das lasso raus wir spielen cowboy und indiana und dead unten schlucken muss kräftig schlucken bei sowas stirb 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 geh kaputt geh kaputt geh kaputt sehr schön wo ich hab's geschafft au es tut auch weh ja klar weich aus ist klar hallo ich habe immer noch warum die skelette so ein übelstes beat drauf haben guck ich das mal an wie die frumpflitzen die dinger drehen 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 jetzt auch habe ich gewartet leider keine hexen keine hexen keine hexen alter können die hexen mal verschwinden sehr schlimm wie willst du da was reißen wie lange die da sind kann ich natürlich schlecht da einfach so rein marschieren das wird nichts meine damen an das wird nichts da ist mich doch mal ruhig oder die ganze gruppe ein da muss doch dieses ganze soviel soll ich nicht mitkommen verpiss dich verpiss dich doch was ist alles drin oh hätt ich vielleicht doch nicht einfach so bladlos rein rennen sollen da hilfe hilfe bam stirb 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 ok das geld stirb oder wir trinken drang trinken drangen den der dank der macht dich krank viel zu viel power in diesen kleinen menschen sterb 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 ja wohl das geht aber besser als der letzten höhle merkt das wie sich das letzte trank er merkte wie sich das anhebt wie man einfach stärker wenn man mehr umso höher wenn man im level aufsteigt ok ich bin ich habe das gefühl werden gleich böse überrascht hier da sind ein deutlich ziemlich viele und mit unserem level 3 sind glaube ich nicht ganz so oder das sieht so böse aus mit dem sklep wie das leuchtet im dunkeln komm her ich stelle mich dir ja aber dann habe ich dich das ist ja auch so ist ja ich habe es müssen es gibt ja durch mich durch okay es geht lassen auch nicht stoppen anscheinend normal runter und hoffen mal dass wir die irgendwie alle so blatt kriegen und dann hier und dann mehr ist ja eigentlich gar nicht ja komm was kaputt und die klinge auch noch kommen jawoll ich weiß es aber geschafft extra okay da solche fallen die gibt es übrigens auch überall da kann man ein und kriegt mein leben abgezogen dann waaah da hab ich wieder drei gesehen oh das ist sehr gut naa nach oben komm schon nach oben nach oben zieh 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 daumen kommen da mit dem daumen da un Aber das sollte trotzdem kein Problem sein, es sind ja nicht mehr so viele da. BAM! Stopp, 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 stopp! Jawoll! Komm, der auch noch! Ja, und jetzt noch der Letzte! Juhu! Wir sind voll die Bros! Wir sind voll die Bros! Was liegt denn da? Da liegt ein Spinnennetz! Ich bin begeistert! Wow! Wow! Oh, das war, das war genau das, was ich meinte mit böse Überraschung! Aaaaaah! Lasst mich in Ruhe und ich kann kein Leben nachfüllen! Aaaaaah! Aaaaaah! BAM! Stopp! Stopp, 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 stopp! BAM! 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 wieder schön getankt jetzt geht es wieder runter in die katakompen von keine ahnung ok 3 dann schaffen und ich hab's geschafft mein haus jetzt leider nicht überlebt aber ich hab's geschafft oh mein gott scheit auf den hausen hauptsache ich hab's geschafft na so das ist nicht wichtig der vierte ruler in die katakom so oft nur allein nach der städte derzeit wo wir sind darum steht auch noch mal also ich hab's doppelt überlesen klasse begeistert von mir selbst wundert mich aber das ist so lange durchhalten und zu sterben ich hätte ich weniger von mir das sind 6 an der wo das war klar okay gut so stopp 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 es ist meister da was auch niemand anders in dem raum oder ich hoffe und du auch noch komm und zum beispiel wasen da findet man dinge drin hier ist eine kerze und hier kann man kisten öffnen und da findet man dann auch dinge drin so wollen wir schauen was wir alles aufgesammelt haben oder da wird aber was dabei sein was uns hilft oder was haben wir denn hier das kann man nicht anwenden nicht schlecht okay wenn man nicht kümmer nicht ja war das und das kann man nicht und das kann man nicht und das kann man nicht und 13 der ist sogar besser als der habe ich ja habe ich ich bin begeistert von mir selbst und kendall rutsch und mage brauchen wir nicht immer nicht hier ist auch nichts neues dazu gekommen jetzt okay wir haben schon zwölf silber hier ist nicht dass sie so eine versteckte schaltung da der gegner ich habe jetzt nicht gesehen besitze